dann können wir mal wieder nachschub holen da haben wir zwar richtig viele andere wolle die müssen wir mal mitnehmen die gehört ja eigentlich oben hin einfach mal hier durchmarschieren komm, gebt mir eure wolle so, da ist noch ein rotes Viech hallo hey so du noch du und du schnell raus hier schnell weg ich weiß es nicht anders über ist mir jetzt egal ist mir jetzt egal ist mir jetzt egal so, dann räumen wir schnell mal die wolle auf dann räumen wir schnell mal die wolle auf warte ich denn warte ich hier oder warte ich hier 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 so, dann hier haben wir mal so, dann rosa nevolde gehört dann einfach mal so hin ne warte, die tun wir hier hin die tun wir hier hin die tun wir hier hin und die orange wird dann hier hin kommen opfern wir jetzt einfach mal ein bisschen was von der kostbaren wolle wir kürzen uns einfach mal hier ab so, gut abgekürzt gut abgekürzt ach, was macht jetzt das dumme Ei hier schon wieder so perfekt ja so wir wollen die bram ja dann eh nicht mehr ein zwei durchgänge vielleicht noch bei den schafen und warum diese paks hier das ist nicht ich kann sie mir nicht gleich hören so, jetzt gehen wir mal in der pen naja ich muss natürlich auch schnell genug sein so naja, ja toll ich kann doch gar nicht schlafen schon wieder was schon wieder was die meisten haben schon wieder wurde ist jetzt schon cool, geht das nicht so in Schweden naja, kann ich jetzt schlafen? ne ich weiß nicht, der clean stone ist schon fertig die können wir jetzt auch gleich wieder in die kiste tun wir hier ficken so koppel räumen wir mal schnell auf so ja gut das war da und dann kommt halt das da so hin gut und die kommen da so hin ja steinstufen würde ich halt dann einfach mal da so hin tun ja so, jetzt haben wir wieder zwölf Wolle die können wir jetzt noch schnell verarbeiten mit unserem Erdgerüst ach, das ist ja wirklich noch nicht so, die können wir jetzt noch ganz schnell verarbeiten ich glaube, die tun wir dann doch mal da hin weil da komme ich richtig schwer dann hin mit dem Gerüst und da komme ich auch nicht hin gut dann sagen wir mal jetzt mal schnell den korbel auf so ja das wird doch wird doch langsam wird doch wird doch wird doch man kann ja sagen, dass es immer scheiße ist ja und hier müssen wir auch mal weiter bauen hey, das gibt's doch nicht so viele Baustellen ja hier da fehlen noch ein paar Bücher da fehlen noch aber wir haben keine Kühe das ist das Problem wir haben keine Kühe ok wir könnten mal die Zuckerrohr ernten aber das brauchen wir jetzt nicht hmmm holen wir jetzt mal wieder bisschen hmmm Wolle ich will doch noch eure Rolle ich will doch noch eure Rolle du auch noch wenn's geht du auch noch du natürlich noch du auch du und du und du und du und du und du und du passt wieso haben wir jetzt wieder hmmm ja da gehen wir jetzt noch nicht hin warte ein bisschen mindestens 20 sonst lohnt sich's gar nicht aber hier können wir mal wieder vorbeischauen ach man reicht nicht ok ja doch wird doch wird doch wird doch aber irgendwie schaut jetzt gelb aus eher gelb statt orange naja naja gut 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 ja da weg schon was naja die war vorher schon aber hier fehlt ein Samen gell hm naja 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 gut das gehört eigentlich auch da nicht hin gibt's keine ok hier lave einmal das gehört eigentlich da hin äh da haben wir das ganze Zeug für hier ok das gehört dann da hin genau machen wir's erst genau je dunkler wird's mhm ok und wir könnten eigentlich gleich mal wieder hier haben wir fast nichts ne was könnte ich sagen aber ok so jetzt schauen wir mal passt 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 da kommt eins hin ok doch nein die Rätsel wird noch da auch noch eins hin tun und so ja genau ne da ist blöd haben wir vielleicht noch ein bisschen Erde eine Klumpen brauchen wir jetzt machen wir da ein bisschen so gut gut ok ja nicht wirklich die Sonne ich sieh sie gar nicht ich glaube es ist immer noch Zeit zum pennen hm ähm der Kling ist dann fertig ach wir haben einfach zu wenig Kohle Lügen da zwei Kohle na ich denke ich denke naja gut dann werde ich jetzt nochmal wieder Schluss machen würde ich nur direkt vor dem aufnehmen hm ja aber da freue ich schon mal ey bleib du bleib 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 das dritte Schaffersitz entkommen ist jetzt ist er halt dann ist er wieder ins Gehege reingelaufen halt jetzt falsch aber immer wieder immerhin wieder ins Gehege so will man natürlich nicht sein ähm hab ich die Boards eingesammelt ne aber jetzt so gut woher ist das eine das blöd ok dann bauen wir jetzt doch schnell die 22 weiße Wolle ins äh äh bauen wir jetzt doch an die Wand und dann würde ich den Part beenden springen springen komm ich da hin ach natürlich nicht ich hoffe ich komm da auch nicht hin also mach ich doch und da nochmal so jetzt kann ich aufs Gerüst jetzt muss ich eigentlich da ja auflockern passt gut und dann sage ich bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft ja wie gesagt wir werden nicht vergessen und vielleicht sogar ein Abo da lassen und dann sage ich bis zum nächsten mal auf eurer Killer Party